Okay, dann machen wir noch eher noch. Naja, wird schon so passen. Irgendwie war ich jetzt gerade nicht mehr so überzeugt von meiner Icarus. Also, das ist übelst langsam das Teil. Du bewegst dich ja auch wie ne Schnecke damit. Ja, das ist ja mein Kampfstil. Ja, der Croucher. Schleichen, zehnmal sterben und einen halben Kill machen. Jetzt halt übel langsam, auch das Nachnamen dauert halt ewig. Ah ja. Ich hab Wange mit dem Ding. Jetzt geh ich hier auf Lachmann. Jaja, ich hab's ja selber gemerkt. Mir bringt auch das Film in 70er Magazin nicht, wenn ich nach einem Kill direkt nachlade. Hm, voll. Ah, er hat einen einprägsamen Namen, unser Mate. Kann man sich leicht merken. Wie? Keine Ahnung, Buchstaben und Zahlen aneinander neu gereiht. Ach so. JQELEK19017 oder sowas. Ja, klar. Den müssen wir denn auch immer so callen, wa? JQELEK. Ja, oder? Du sagst wirklich jeden Buchstaben einzeln. Jedes Mal, wenn du was von ihm willst. Das wäre halt übelwitzig. JQYEL19017. lobbkl Parece Fiinde landen im Einsatzgebiet. wieder Said oder woll mu mal wieder hier auf Flughafen? Ah, mir egal, ja, können wir Schluke auf den Matze abwechseln. War ich denn gerade? Ah, Zone bietet sich auch an. War ich denn? Ja, weil ich da nämlich gerade zufällig nicht mehr richtig geworden bin. Da dachte ich mir, oh, wir wollen wir ja eine Weile nicht. Da, J. Jake Whale. Ich habe jetzt übrigens drei Operator aus dem Bettenpass freistellt. Die haben alle so einen wie Stripskin. Ah ja. Hm. Er dachte sich so, ne, ich mache was anderes. Ach, erst du brauchst? Ja, ja. Ach so. Wäre lustig, wenn er jetzt gleich tot ist. Aber gut, da wo der hin will. Ah, jetzt können wir den auch praktisch annehmen. Danke für nichts. Premium made. Premium made. Oh Mann. Ich gehe hier, ich versuche auf den Tower da hinten zu kommen. Da landet vieles auch so wie es aussieht. Schmutz. Noch vor mir. Hier. Ist markiert. Ja, das ist so ein dreckiger Mealsniper, ne? Der zu dem Turm will. Kommt noch einer. Pass auf. Ja. Ja. Das sind beide oben drauf. Hat Hits. Die beschießen sich. Ablauf gestartet. Sichere den Bereich. Ich sehe nicht. Peekt keiner von denen. Ich gucke einfach hoch. Ja. Der wird schon. Ähm. Hundertprozentig. 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 Der schnappt sich direkt in den Heli. Brauche mittleres Kaliber. Bei dir ist keiner mehr, oder? Keine Ahnung. Ich höre nichts mehr. Ah jo. Ich glaube eher nicht. Oh doch. Doch. Oh. Mich snipet was. Da kommt wieder einer flogen. Ich jag mal einen Prezi drauf. Immer einen. Der. Der. Seil sich hoch. Ah, der hat dich natürlich. Ja ja. Ne mehrere da oben. Oh. Ich habe ihn gefallen. Nice. Hä? Ja stimmt. Hat sich den Ingame Audio auch so komisch geändert? Bei mir ist alle zu blechern gerade. Ne. Mh mm. Ich komme zu dir. Aber jetzt muss ich halt wieder gucken, dass wir von da nicht angesnipet werden. Wo ist denn unser Kopfgeld dahinten? Hochübel, weit weg. Ich mache mal eine Aufklärungsdrohne klar. Selt sich da wohl einer hoch? Kommt noch einer. Verwündete Aufklärung online. Achtung, dieser Sektor ist umkämpft. Rücke vor. Sonst ist es weit und breit, genau. Auf dem Turm ist einer. Wo? Auf den Tower. Ach so, ja, ja. Der, aber sonst keiner. Ich komme hier nicht durch. Unser Killauftrag kämpft da hinten. Wird da am liebsten hinfahren. Hier unten ist dein Auto hin da. Oh, ich bin gerade eh noch hingestiegen, lol. Mann! Das kann nicht sein. Schildbreak, Alter. Er steigt aus und kippt mich. Warum verliere ich jeden Gunfight? Warum? Kontrollerspieler. Ey, so ein Witz. So ein verfügter Witz. Wart nach jetzt, ja. Brauche mittleren Kaliber. Einer ist down von dem, quatscht ums Auto rum. Jo. Jake Quail ist jetzt auch da. 2-3. Wieder keine Munition, Mann! Habt ihr sie? Oh. Auftrag gescheitert. Ist einer am Wasser gelandet. Unterwegs. Schätze mal, der ist AFK. Hier ist einer wie ein Stein auf mein Dach aufgeschlagen. Da ist auch einer AFK. Sichtkontakt zum Fahrt. Ah, ja. Der Bündnis am Mörserflag unterwegs. Mitten im Meer, oder was? Hm. Wo ist unser Killauftrag? Ist abgelaufen. Ist abgelaufen, ja. Gut. Also auch erledigt. Da kommt einer. Hier ist ein feindlicher Scharfschütze. Kommt zu uns. Der Feind spricht über den Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Ist oben auf dem Turm. Ja, ich hab's nicht. Ich hab' den Kopf gemischt. Der hat den, oder? Ja. Der hat den, oder? Hol' mal schnell den Auftrag. Komm schonmal in deine Richtung. Kopfgeldziele aktiv. Schalte sie aus. J.Q. hat über dir wen weggesnipet? Ja, ich wollt grad sagen Steps, aber... Noch mehr? Nö. Wo ist jetzt hier unser Kill? Oh, Alter. Kilometer weit weg. Swag attack. Auto? Für euch. Chill break. Hab ich. Schnell. Der Ries ist im Auto gestorben. Ja, denn zum Killauftrag oder was? Jo. Ah, ist halt mega weit. Oh, wie viel Kies hat der jetzt auch Freak. Notgeld. Jagdfeindliche Trupps und holt euch ihr Geld. Team ausgelöscht. Was macht denn der? Ja. Killt der hier die AFK Leute oder was? In der Ahnung. Ja, ich glaub schon. Die, die da im Wasser landen. Ja, ja. Der kühlt ja nur die AFK Jungs. Nicht. Jo, fremdes, äh, Auto. Ja, jo, jo, jo. Mit Kontakt zu einem Feind. was denn bringt er denn hier um ich verstehe es nicht ich weiß es doch auch nicht ist doch gar keiner da wieder team ausgelöscht heckt er oder was was das ist doch ein bug oder das muss ein bug sein aber der hat trotzdem zehn kills ich sehe ja kein einziges block der team ausgelöscht aber wir kriegen immer 200 ep das ist gut aber wenn es ein hacker ist es ist ein aber der hat immer noch zehn kills ganz ganz komisch ganz 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 komisch was hier passiert wo sehe ich denn seine stats bei mir ist die taste g das platte geben jetzt hat er mal wen jetzt steht ein name da wen hat er gekillt bitte ist die ganze zeit bei mir nein ich möchte meine waffe wieder haben hey was geht hier ab und ihr reporten wohl hier liegen halt überall loadouts rum wo ich hier langlufe verstanden transporthelikopter im abstand markiert spawnt er hier leute oder was ich habe keine ahnung naja ist ja real wo ist das denn blauer ping warum sehe ich denn den blauen ping nicht kaputt allein anderes sind hier eben eben und verlässt das einsatzgebiet ja am auto wo seid ihr jetzt schon mal dahin er holt den wieder 100% 100% kann nicht legit sein was der hier macht wer cheatet denn in beute geld wo es um nichts geht was ein voll loser was ein voll loser hier bin ich bei dir ist aufträge ab und verdient eure bezahlung irgendwas markieren heute auftrag was war ein killer auftrag irgendwas selbst klappe habe ich hier noch let's go ja 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 Dann drinnen. Falscher, warst du das? Nee Ich hab Falscher gehört Über uns Ja, ja Geh hoch Ne, seh nichts Da landet ein Geld-Heli Wird angeschossen von hinten Hinten rechts Sehe niemanden Hier oben auf dem Dach ist er Hier aimt wer runter von der Brücke Ne, hier aus dem Fenster Hinten Hab einen Unter mir Nevermind, über mir Jeden Gunfight Jeden Gunfight Zack, geht rein Ja, ich hab hier ein Zweier-Team Wo? Ja, auf dem Dach Sind die Einer liegt Aber sind beide wieder da? Man, das kann nicht wahr sein Ich muss mich hier jedes Mal zum Affen machen Nein, wirklich Es kommt von allen Seiten Kommt jedes Mal einer Einmal einen normalen Fight haben Dach Und Das war's für heute. hab ich hast du den einen geholt äh, shootback geschossen team ausgelöscht den gefinischt bei mir ist einer drinnen ich weiß auch nicht, ob ich aufüberkomme oh man ich hab nie Platten nie habe ich Platten pissgame, man alter das darf nicht wahr sein ah, unser mate ist afk er stellt die cheats nur hin äh, einer kommt in deine Richtung bin, bin noch nicht mal da ach so, bin da, ich bin grad verpufft juhu spieler melden, cheater, bericht senden auf geht's ich werd gesniped was sonst hier ist ein feindlicher Scharfschütze hier ist ein feindlicher Scharfschütze die feinde setzen eine Bombendrohne ein ja über mir auf der Brücke sind welche ah, jetzt ist eh vorbei die Runde es wurde nicht genug Geld gesichert wegtreten so, jetzt bin ich gespannt was wir an EP haben 100% ein Cheater der ist auch Level 49 ach so ich reporter den ja jetzt gleich nochmal 100% ich hab 39.000 EP und das mal 2, ne ja ich hab 35 guck mal jetzt hier, wie viel das gibt 2 Token ich hab anderthalb 1, so ein Minusstern ja, hab ich ich hab 47k EP 52 alter alter übel ja willst du noch eine? ne ich bin erst mal durch alles klar dann 5 7 9 9 12